Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von Tradewohler und wie jetzt jede Woche wollen wir Ihnen auch diese Woche einige interessante Werte vorstellen, die jetzt in Erscheinung getreten sind in der aktuellen Handelswoche. Ich denke mal, der heutige Handelstag ist natürlich auch besonders interessant. Wir haben wieder einen neuen Allzeithochkurs im S&P 500, z.B. auch mit der Einführung des neuen Präsidenten, was die Märkte jetzt nochmal positiv mit aufnehmen und das gleich genutzt haben, oder der S&P auch gleich genutzt hat, um auf einen neuen Allzeithochkurs zu steigen. Das schauen wir uns auch gleich an. Ich möchte aber heute mal mit einer Aktie starten, da die jetzt hier besonders in Erscheinung getreten ist, und zwar ist es Blackberry. Wir sehen hier den Chart und wir können natürlich wie jede Woche ganz gut erkennen, dass wir hier eine extreme implizierte Volatilität und ein extrem hohes Optionsvolumen haben, was im Prinzip hier schon beim ersten Anstieg über 9 Dollar, das war jetzt, müssen wir kurz zurückrechnen, das war jetzt letzten Donnerstag, schon, sag ich mal, das erste Signal, den ersten Impuls gegeben hat. Und hier auch ganz interessant, es sah anders aus, als was wir hier hatten, wo der Wert einfach mit einem Gap nach oben gegangen ist und dann im Handel schon korrigiert hat. So stellt man sich eigentlich idealerweise einen Anstieg vor und konnten hier auch schon sehr kurzfristig schon etwas mitnehmen bei Blackberry, also Blackberry aktuell hier ganz interessant. Wir wollen natürlich auch nochmal zurückgehen auf Werte, die wir in den vorangegangenen Schaltungen mit erwähnt hatten, um da einfach nochmal Feedback zu zeigen, wie zum Beispiel TEVA. Da gab es auch größere Wetten, dass das über 12 Dollar ausbricht. Wir hatten, glaube ich, hier zu Anfang des Jahres diese Signalgebung, um auch hier nochmal schön zu gesehen, mit dem hohen Optionsvolumen. Und dann kam es hier sukzessive zum Ausbruch über die 12 Dollar. Heute wäre es zwar leicht im Minus, aber im Prinzip sieht das nach wie vor sehr stabil aus. Und auch wenn wir da ein Stück zurückgehen, sehen wir natürlich sehr schön, dass hier noch einiges nach oben am Platz vorhanden ist, um zumindest mal zu den 52 Wochenhochkursen zu kommen. Und ich kann das auch hier ganz gut erkennen, dass das Optionsvolumen, was jetzt Anfang des Jahres eingesetzt hat, wirklich extrem hoch war und der mit der Beziehung eigentlich noch nicht vergleichbar in den letzten Monaten aufgetreten ist. Also das ist nochmal ein Wert von den letzten Wochen. Wir wollen aber auch auf zwei, drei neue Werte noch eingehen. Einer der Werte davon ist zum Beispiel AMC. Und gehen wir vielleicht nochmal ein Stück aus dem Chart raus. Da sehen wir nämlich hier, was den Ausschau gegeben hat, die letzten drei Handelstage. Hier auch nochmal, was wir besonders wertlegen, das gestiegene Optionsvolumen. Hier muss man natürlich auch ein bisschen die News verfolgen. Der Wert war so gut wie pleite. Hier gab es, kommt aus dem Podcast-Bereich, gab es an den letzten zwei, drei Tagen wirklich sehr, sehr gute Meldungen. Und Sie sehen, der Wert ist von 2,20 bis auf 3,30 gestiegen innerhalb von drei Tagen. Also 50% Zugewinn für eine Aktie auf jeden Fall sehr interessant. Und durch diese extreme Volatilität, die wir auch hier unten ganz gut über die implizierte Volatilität tracken können, sieht man natürlich hier, dass das auch wieder ein Wert ist, der besonders interessant für diverse Optionsstrategien ist. Und auch da sich anbietet, gewisse Credits, gewisse Einnahmen durch Optionsverkäufe vielleicht zu generieren. Also AMC oder AMC Entertainment Holding, wie sich der Wert komplett nennt. Und neben diesem Wert haben wir noch einen zweiten Wert, der, sage ich mal, charttechnisch sogar etwas extremer aussieht. Im Prinzip kann man sagen, der ist bis zum Dezember gar nicht in Erscheinung getreten. Und dann kam man wie Phoenix aus der Asche, würde man hier behaupten. Und wir sehen hier auch dann das Einsetzen der Optionsvolumen. Und so richtig explodiert ist das Ganze auch für vier Tage. Ist ein Wert aus dem Diagnostik-Bereich, da werden es natürlich momentan sehr viele Titel finden, die ähnliche Verläufe haben. Das wäre vielleicht sogar fast schon mit unserem Pennystock-Screener irgendwo zu vergleichen, wo wir ja genau so etwas tracken wollen. Wir wollen hier erhöhtes Volumen. Wir wollen aber auch auf der anderen Seite einen beginnenden Anstieg. Und auch wenn der Wert jetzt nur noch 3,8% im Plus ist, der war heute in der Spitze schon deutlich über 3,50. Und gestern bei dieser extremen Kerze, das waren glaube ich gestern 50%, haben wir schon gesehen, das wird wahrscheinlich noch ein, zwei Tage weitergehen. Das sind natürlich meistens sehr kurzfristige Titel, weil bei solchen extremen Bewegungen muss man natürlich aufpassen, der die Korrektur oder wenn vielleicht dann Abverkauf einsetzt, dann können da natürlich auch schnell größere Korrekturen entstehen. Aber für kurzfristige Gewinnmitnahmen, für kurzfristige Optionsstrategien ein sehr, sehr interessanter Wert. Mit dem Titel und mit dem Symbol SENS aus dem Diagnostik-Bereich. Sie können das ja auch über Finlist dann noch einmal tracken, wo Sie genau sehen, was sich hinter dem Wert verbirgt, was die letzten Nachrichten hier waren. Und zum Bereich Finlist können Sie natürlich auch unser Video gerne einmal in Ruhe anschauen, um da genau die Informationen zu beziehen, die Sie vielleicht auch für Ihre eigenen Handelsstrategien benötigen. Neben diesen Werten waren in den letzten zwei Tagen eine Branche, kann man sagen, nochmal besonders im Blickpunkt. Das war die Automobilbranche. Wir sehen hier Ford Motor, heute mit einem wirklich großen Zugewinn von 7%. Also für Ford Motor, nochmal zu erinnern, ist kein Netflix oder kein Nio, ist das schon ein extremer Anstieg. Und auch das hat es sich schon Anfang, Mitte Januar abgezeichnet, hier mit diesem gestiegenen Optionsvolumen. Wir haben hier den beginnenden Anstieg und man kann sagen, das ist jetzt seit 7. Handelstag, wirklich ein sehr solider Aufwärtstrend, den wir verfolgen. Und Ford war gestern auch bei den großen Werten mit enthalten, wo wir wirklich sehr hohe Optionsvolumen festgestellt haben. Das gleiche gilt für General Motors, da war der Anstieg sogar noch etwas größer in den Tagen dann zuvor. Heute nicht ganz so stark, die sind nur mit 3%. Da können Sie auch einmal nachschauen, da gibt es einiges momentan an News, was hier ganz interessant scheint. Also General Motors und Ford, momentan die zwei Schwergewichte, würde man sagen, aus der alten Automobilbranche. Sonst haben wir in letzter Zeit sehr häufig hier Tesla oder Nio uns angeschaut. Da war Ford und General Motors eher seltener ein Thema. Aber wie zum Beginn angekündigt, wollen wir natürlich auch nochmal einen kurzen Blick in den Gesamtmarkt selbst werfen. Einfach um nochmal kurz festzustellen, wie haben denn die Börsen heute das Ganze aufgenommen oder den neuen Präsidenten, sage ich mal, als Ereignis als solches hier abgebildet. Und wenn wir uns hier einmal den Linken-Chart anschauen, wo wir den S&P 500, das ist jetzt nur das ETF, auf einem längeren Zeithorizont sehen, dann können Sie ganz gut erkennen, jeder dieser blauen Punkte, die Sie hier sehen, ist immer ein neues Jahreshoch. In dem Fall beim S&P 500 ist es auch das neue Allzeithoch. Und heute haben wir, ja, gleich zu Beginn kann man sagen, eigentlich schon mit einem Gap über Nacht den Ausbruch gesehen. Aber der S&P 500 läuft weiter, ist aktuell mit 1,3% im Plus. Und das können natürlich jetzt in den nächsten Tagen nochmal für weitere neue Allzeithöchststelle sorgen, sodass wir natürlich jetzt auch gespannt sind, wie der Januar weiterläuft. Wir sind jetzt auch in der Hauptsaison der Quartalszahlen, also viele Unternehmen kamen schon. Aber zur Erinnerung, die meisten oder die großen Titel kommen in der Regel Ende Januar, Anfang Februar. Da werden wir dann auch nochmal im Speziellen drauf eingehen. Also, das nochmal zu den Titeln selbst, zum Markt im Allgemeinen. Und würde mich freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten, dann können wir natürlich hier Ihnen weitere Titel präsentieren. Also, um kein Video zu verpassen, subscribe Sie hier bitte zu unserem Kanal. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.